Hallo Leute, ich bin das Manni und ich bin hier, Busfahrer. Hier, da, guck dir das an, ist das geil. Das läuft und läuft und läuft und läuft. Die Bundesliga-Uhr vom HSV. Das ist doch kein Rasen, das ist doch Parkettkirschige Öl. Da würde ich Weltmeister mit nur einem Spiel. Bäm, das ist erste Liga. Aber da braucht man nicht nur einen neuen Rasen, da braucht man auch einen neuen Bus. An dem alten hängt Pech, komm mal mit. Hier, das ist das geile Stück. Ich mein, unbeschrieben geiler Bus. Aber das kann so nicht bleiben für die neue erste Liga. Ich mein, die Farbe, blau, das ist Karlsruhe. Da waren wir doch. Aber hier, ich hab mit meinem BB, in meinem Busfahrer-Brain, hab ich schon ein paar Jellideen. Wie gefällt es dir? Also jetzt mal ganz ehrlich gesehen, das ist ein super Farblegel. Von Muster her passt das richtig gut. Und da, wie du herkommst, ist das, glaube ich, der Knallerfarbe, oder? Also du bist dafür? Natürlich, ich bin immer dafür. Wenn die Farben vom HSV noch reinkommen, dann ist alles super. Guck mal hier, das wäre dein Platz vorne, der würde jetzt so aussehen. Was sagst du hier, guck mal? Okay, dann müssen wir uns aber von den Drehensanzügen noch so ein bisschen anpassen. Sagst du, wie gefällt es dir? Das finde ich klasse. Das ist richtig schick, ey. Das wäre was für uns, oder? Was sagt ihr zum Bus hier, zum neuen Design? Was sagt ihr? Das sieht wunderschön aus. Schöner Puffluck auf jeden Fall. Das sieht ja fast nach erster Liga aus. Mit dem Gold, ist das in Ordnung? Gold, mit dem Teppich, sieht sehr gut aus. Muss ich sagen. Dein Sitz kriegt noch ein Tattoo, ist ja klar, wa? Was ist denn? Hier, die Lasonga-Zwillinge, wa? Ganz genau. Der Bruder ist schon drin, wa? Ja, wir gehen mal zu ihm. Wir müssen mal los, ne? Klar, wa? Rudi Völler hier. Ich werd verrückt hier beim HSV. Hallo. Haben Sie mal für den HSV gespielt? Fast. Ich hab am Jas-Pedal gespielt, wa? Spiel ich immer noch. Linke Spur. Findest du gut? Nein, find ich überhaupt nicht gut. Findest du überhaupt nicht gut? Nein. Einmal Leverkusener, immer Leverkusener. Keine Ahnung, weißt du? Keine Ahnung von ihr Schmack hier. Das wär doch was. Geiles Bus-Design, wa? Hier, die Mannschaft hat gesagt, mein neuer Vorschlag für den Bus ist super. Hat der Trainer auch gesagt. Ihr Fans habt gesagt, mir gefällt das nicht so mit dem ganzen Pink. Aber es gibt ja beim Mannschaftsbus.de den Bus-Konfigurator. Da könnt ihr selber die Farbe eingeben und könnt den neuen HSV-Bus designen. Und vielleicht wird euer Vorschlag ausgewählt. Also, hier. Dit war der Clip, wo ich schon mal beim HSV war. Da war der Jans noch mit dabei und der Diekmeyer. Klickt drauf, habt Spaß. Oder hier, Mannschaftsbus.de mit Konfigurator. Leute, ein bisschen mehr Bewegung hier. Sonst wird das nischt. Geile Truppe hier. Geile Truppe hier.